Hallo und herzlich willkommen hier im Studio 2 im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München. Seit mehr als 50 Jahren werden hier Konzerte gegeben, werden hier Wettbewerbe abgehalten, CDs produziert, Rundfunkaufnahmen gemacht und früher natürlich Schallplatten. Und manchmal wird auch getanzt. Und ich bin mir ganz sicher, dass heute, am 27. Januar 2021, im zweiten Jahr der Pandemie, hier auch getanzt würde, wenn wir den Publikum dabei haben dürften. Ist aber nicht der Fall, macht aber nichts. Wir kommen ganz nah dran an die Band, die die elektrisierende Musik spielt, die einem Publikum keine andere Wahl lässt, als zu tanzen. Jazz und Techno und beides analog und akustisch. Das ist die Band LBT. Mit Leo Betzel am Piano und ganz vielen Spielsachen. Mit Maxi Hirning am Bass und auch ein paar Spielsachen. Und natürlich mit Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug. Der hat auch eine ganze Batterie mit dabei. Die drei haben sich 2015 zusammengetan. Da waren sie noch Studierende an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in München. Und sie haben sich ganz schnell auf Erfolgskurs begeben. Es kam die erste CD heraus, Levitation, dann die zweite Way Up in the Blue. Und im Februar 2020 haben sie gleich drei Tonträger gleichzeitig herausgebracht. Eine LP und eine Doppel-CD. Kein Wunder, denn sie haben viel Musik und eben aus zwei verschiedenen musikalischen Welten. Die werden wir heute in unserer Audio-Video-Session kennenlernen. Außerdem die Band noch etwas näher im Gespräch. Und beginnen werden wir mit dem Jazz-Teil. Also jetzt Bühne frei für LBT. Bühne frei für LBT. Bühne frei für LBT. Bühne frei für LBT. Bis zum nächsten Mal. 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 Es waren ja. Bis zum nächsten Mal. spannend, aber auch eben in einer kleinen Besetzung zu machen und ich glaube, es hat uns relativ viel Zeit gekostet, bis wir das dann so hinbekommen haben, dass es so klingt und so gespielt wird, wie es sich dann irgendwie auch gut anfühlt und wie es auch beim Publikum ankommt und ich bin aber überzeugt, dass es auch einen Mehrwert hat, das in einer kleinen, eingespielten Gemeinschaft quasi zu machen, weil es dann irgendwie noch feiner wird und man ist halt so begrenzt, wir haben so wenige Layer. Er hat vier, ich habe einen, er hat zwei und dann kommt nicht so viel dabei raus und es macht es für mich irgendwie total reizvoll und das war vor wie vier Jahren? Drei, vier Jahren? Ich glaube 2018. Ja, genau. Dann haben wir damit angefangen und dann natürlich auch irgendwie gleich einen Preis gewonnen und das hat dem Ganzen dann auch irgendwie Recht gegeben und seitdem Nicht nur einen. Nicht nur einen, genau. Und so ging es dann irgendwie weiter und ich fand es jetzt aber auch schön, dass wir eben letztes Jahr auch gesagt haben, nee, wir wollen aber auch beides ernsthaft betreiben und auf die Bühne bringen und in beiden zu Hause sein und von beiden profitieren und in beiden musizieren und das hat jetzt irgendwie dieses Jahr so verhagelt es war irgendwie oder letztes Jahr eben gut funktioniert und es fühlt sich immer gut an, wenn wir beide Sets spielen auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ja das Techno-Set quasi noch vor uns in der Session, aber trotzdem so ein bisschen vorweg gegriffen. Wie könntet ihr das beschreiben? Also ihr habt diese enorme Jazz-Kompetenz. Du hast Klassik-Kompetenz, auch Klassik-Kompetenz noch vor dem Jazz, noch dazu, deswegen auch dein schöner Arko, ja hier so wunderbar, den wir später noch, glaube ich, extended hören werden. Dann kam die Entscheidung, okay, wir nehmen diese Techno-Schiene mit rein, die doch sehr stark auch dadurch charakterisiert ist, dass man durchgängige Beats hat, ja, dass man zum Beispiel zum Klick-Track spielt, ja, fette Bass-Drum natürlich, hören wir dann auch noch und und wo man oder wo ich in der Vorstellung eigentlich habe, okay, das ist so eine Musik, wo man so sehr straight durch, wenig Raum für Improvisation, also für das, was Jazz ausmacht, aber welche Erfahrung habt ihr jetzt auch in eurer Entwicklung vor allen Dingen damit, dass ihr ja quasi aus beiden Welten kommt und wie befruchtet sich das gegenseitig dann jetzt im Doing sozusagen? Also für mich vor allem, aber ich glaube, das gilt für die anderen beiden auch so, war die erste große Umstellung, erstmal weniger zu spielen, vielleicht sogar noch die wenigen Noten, die man dann spielt, eben halt noch mehr meinen, wie man so schön sagt und das Allerspürigste war eigentlich eben, dass man, weil man hat immer sehr viele Riffs und Patterns, die sehr gleich bleiben oder sich nur minimalistisch verändern, dass man die wirklich auch durchhält, was das Timing anbelangt, dass man wirklich immer gleich förmig, fast zu maschinell eben Sachen wiederholen kann und das ist, das hat uns oder mir vor allem am Anfang sehr viel Zeit und Arbeit gekostet, aber natürlich, also ich denke, dass das andere Programm eben auch davon oder dadurch befruchtet, davon befruchtet wird, weil man eben diese Präzision noch mehr hat und aber auch die Erfahrung in der anderen Klangvorstellung, dass auch manchmal weniger mehr sein kann zum Beispiel. Man hat keine Angst, dass zu wenig passiert eben inzwischen. Genau und insofern haben sich sicherlich auch schon einige Kompositionen von mir dadurch eben beeinflussen lassen. Ja und jetzt habt ihr eben dadurch, durch diese Entscheidung, dass ihr auch eure Konzerte so spielt, wenn es angesagt ist, quasi mit beiden musikalischen Welten. Es gibt sicherlich auch Konzerte, wo ihr ein reines, in Anführungszeichen, Techno-Programm spielt und jetzt seid ihr an dem Punkt, dass ihr 2020 im Februar ganz toll eine LP rausgebracht habt, My Songs, ja und zeitgleich diese Doppel-CD-Stereo und dann Pandemie, ja so und eigentlich. Wir sind sehr froh, dass wir noch ein sehr schönes Konzert hatten, ein Release-Konzert im ausverkauften Ampere. Das war wirklich toll und danach ging es dann bergab. Ja genau und seitdem seid ihr quasi on hold, was man euch im Zusammenspiel überhaupt nicht anmerkt, weil das ist sofort wieder da und ganz abrufbar. Ich würde sagen, bevor wir jetzt ins nächste Set hineingehen und das sind dann Kompositionen von dir, Maxi. Das erste Stück davon, Tacete, habe ich gelernt von dir, Maxi, Lateiner. Ich habe auch in der 11. Klasse abgelegt, aber leider, ich hätte jetzt Tacete gesagt, aber Tacete ist richtig und heißt ja so viel wie schweigt. Das ist quasi die Anweisung an wen auch immer. Und da habe ich eben auch gesehen auf eurer Website, das ist ein ganz tolles Video mit einer jungen Tänzerin, die also so dann auch mit so einer Tanzcompany, bestehend aus vielleicht neun- und zehnjährigen Jungs, die so hinter ihr ihre Plies machen zu dieser Musik und dann auch nochmal zwei Tänzer mit dazu und die ganz ausdrucksstark in einer wunderbaren Choreografie eure Musik tanzt. Und dieser Tanz ist eben ja ein unwahrscheinlich wichtiger Bestandteil, glaube ich, in dieser Musik und mit ihm dann auch all die neuen Räume, die ihr euch bei euren Auftritten erschließt. Aber darüber reden wir später, okay? Weil jetzt will ich euch hören und ich glaube, alle anderen, die zuschauen und zuhören auch. Also LBT mit dem zweiten Set, mit ihrem Techno-Set. Vier Stücke in einer schönen Dramaturgie und euch viel Vergnügen damit und Ihnen auch. Und wer zu Hause tanzen kann, soll es machen, weil da muss man sich ja überhaupt nicht genieren, oder? Also LBT, here you go, im Studio 2 bei unserer Audio-Video-Session. Musik 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 Vielen Dank. 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 Und ich glaube, es liegt genau an diesem Konzept, weil ihr eine Band seid, zu der übrigens auch noch ein vierter Mann gehört, nämlich euer Soundmann. Und das ist Mats Leichtle und er ist, hi Mats, er ist zuständig für, dass die Lautstärken stimmen untereinander, dass das Equalizing stimmt, also die richtigen Frequenzen quasi in den Tönen hervorgehoben werden und manchmal auch ein schöner Hall an einer Stelle, wo man sagen würde, wow, plötzlich großer Raum und so weiter. Weil das natürlich alles zu eurer Musik gehört. Jetzt Frage, Soundvorstellung war zuerst da bei dir, Maxi, du ja der Initiator quasi bist, der Techno-Welle bei euch in der Band. Aber wie ging es dann weiter? Dann muss man ja diese Klänge auch erst mal erzeugen. Darf man das spielerisch machen bei euch oder kriegt man da gesagt, du mach das, du mach jenes oder wie war das? In Antwort B ist es schon, also ihr entwerft es schon viel zu Hause und durch Nachdenken und probiert dann Sachen aus und bringt dann auch Stücke mit und wir probieren das manchmal aus, ob es funktioniert, wenn ich mir noch nicht sicher bin. Aber ja, es ist schon meistens irgendwie gedacht und dann wächst das Setup halt quasi, weil dann überlegt man sich halt, ja, welche akustisch erzeugten Klänge könnten noch cool klingen. Und wenn man halt einmal anfängt, alles einzeln abzunehmen, dann wird es halt immer mehr. Und wir merken es jetzt auch schon, das dauert halt ein bisschen länger zum Aufbauen. Wir sind, glaube ich, bei insgesamt 24 Kanälen für ein Trio. Das ist schon ein bisschen mehr, aber es lohnt sich halt, denn je einzelner die Klänge sind, desto besser lässt es sich halt auch live auf eine Anlage mischen, sodass man wirklich dazu tanzen kann und dass es diesen Wumms hat und diesen Schub, den du halt mit jetzt in einem Raumklang irgendwie nicht herbekommst, weil das halt eben das Ding ist, was irgendwie elektronische Musik so ausmacht. Hier in eurem Set hat man das gut gehört, quasi so, wenn es wieder anschiebt. Also quasi der Moment, wo, wenn die Bude voll ist, quasi alle die Hände in die Luft reißen und wow, ja, und dann geht es wieder weiter. Und vorher bahnt sich das so an, ja, dieser Anlauf. Und was mir auch eben auffällt bei euch, was ihr natürlich schon auch macht, ihr lasst auch Freiräume, wo ich mich frage, ein Tanzpublikum, was machen die dann, wenn du zum Beispiel so ein schönes Solo dann doch zwischendrin spielst, ja. Ist dann, ruft man dann einfach weiter, hört zu, ist das was, worauf die Leute sich einlassen? Es kommt, glaube ich, auch wirklich auf den oder die ZuhörerInnen an, was die in dem Moment, also aus welcher Musik die betreffende Person jetzt kommt. Wenn jetzt nur aus dem Techno kommt, dann merkt ihr halt, ah, die Kickdrum hört auf und wird dann irgendwann wieder einsetzen und freut sich da drauf. Wenn jetzt jemand aus dem Jazz kommt, merkt ihr, ah, da ist holliert jemand wahrscheinlich, vielleicht. Also die Soli sind halt nicht so offensichtlich, dass jetzt jeder merkt, ah, das war ein tolles Klaviersolo, bravo Leopold, hier ein Fleißbild, sondern es ist halt mehr versteckt in der Musik, weil die Musik auch nicht so offensichtlich ist jetzt in ihrer Harmonik und Melodik eben. Darum finde ich es ganz cool, wie es bei uns funktioniert, dass wir die Soli auch so ein bisschen verstecken, auch dass sie einfach als Musik im Stück vorkommen könnten. Wir spielen sie aber trotzdem als Soli und es passt immer noch zusammen. Nochmal kurz zurück zu dem Thema Klangerzeugung und zu dir, Sebi, weil als Schlagzeuger bist du ja jemand, der auch mit Klangerzeugung sehr stark arbeitet. Das denkt man vielleicht jetzt gar nicht so, aber das ist schon, gehört quasi zum A und O des Schlagzeugspielens mit dazu. Und du hast dir ja auch manche Becken zum Beispiel abpräpariert hier. Und du hast die doppelte Bassdrum, die ich bisher nur aus Heavy Metal oder Hard Rock Bands kannte. Gibt es da die Jazz-Bassdrum und die Techno-Bassdrum oder wie handhabst du das ganze Set in dem Techno-Set jetzt? Ja, also das ist eigentlich die Jazz-Bassdrum früher, jetzt ist sie die Techno-Bassdrum. Okay. Oder die zweite zumindest. Die kleinere ist die fette oder was? Nee, die, also wie der Maxi schon gesagt hat, das Setup ist irgendwie, also 2018, wo wir angefangen haben, waren es auch von den Füßen her nur Bassdrum und Hi-Hat. Und jetzt habe ich vier Pedale und ja, da haben wir ja alles akustisch erzeugen und im Techno gibt es so diese High Kick, das ist quasi vor diesem Drop, nimmt man die oft her und da haben wir die kleine Bassdrum hergenommen und hochgestimmt und dann die Höhen ein bisschen weg und dann klingt es so. Und natürlich, weil man das alles akustisch macht, deswegen muss man auch viele verschiedene Sachen, man kann keine Samples irgendwie benutzen, deswegen wächst es stetig. Ja, aber das ist ja eigentlich der Spaß dran, das ist ja quasi auch wie eine erweiterte Percussion zusätzlich zum Schlagzeugset und so weiter. Sag mir nochmal, was ist ein Drop bei Techno? Ein Drop ist das, was du vorher beschrieben hast, wenn dann alle wieder lostanzen. Also da, wo es knallt. Okay, alles klar, wo man so sagt, ja, ja, ja. Also wo die Kickdrum halt wieder reinkommt und der Bass und vorher wird alles höher und dann... Genau. Und jetzt ist es ja doch so, dass Techno eigentlich wie so eine populäre Fortsetzung oder ein neuer Zweig ist, der doch auch sehr stark aus der Minimal Music sich einfach auch immer gespeist hat, ja, so. Wie war denn das bei dir? Bist du als Initiator der Techno-Welle in eurer Band durch die Minimal Music draufgekommen oder weil du einfach auch Techno-Fan bist und auf diese Partys gehst und so weiter? Also ich gehe sehr gerne tanzen. Auf diese Partys. Auf diese Partys. Das ist ja heute so, also Techno ist ja heute so kommerziell und erfolgreich, dass es wirklich jeder kennt und jeder schon mal irgendwie, es ist nicht wie Anfang der 90er, wo so ein Geheimtipp war, sondern es ist halt jetzt irgendwie da angekommen und jeder kennt es irgendwie und entwickelt sich auch immer noch. Klar, wenn das erfolgreich wird, gibt es viel gute Musik und viel schlechte Musik, das bei jeder Musikart, die so rauskommt quasi und das, also es wird auch noch ein paar Jahre gehen, dass Leute viel dazu tanzen, glaube ich, hoffe ich nach der Pandemie, wenn es noch Clubs gibt. Genau, aber ich habe, glaube ich, mit beidem, muss ich sagen, relativ spät angefangen, also mit Minimal Music und mit Techno, aber fand beides total spannend und komme ja ursprünglich so aus der Rockmusik und da sind ja auch wieder Minimal und Rock und Techno. Man nimmt halt, was das cool klingt und wiederholt es, wer es einem gefällt. Das ist so eine ganz einfache Regel, aber solange das Spaß macht, funktioniert die Musik für mich irgendwie. Du hattest das vorhin vor dem Set kurz erwähnt. Wir haben ja also hier in München eigentlich auch eine ganze Reihe von Bands, die in die Richtung gehen, Jazz, Rausch, Big Band, V, KKO. Seid ihr dann nicht nur in München, sondern auch in einer größeren Szene gedacht, ein Teil einer bestimmten Welle des Akustik-Techno? Ist das etwas, was ihr beobachtet, das sich einfach insgesamt schon etabliert hat oder immer weiter etabliert und entwickelt? Ja, also München ist da schon irgendwie speziell, finde ich. Also es gibt extrem viele Bands für die kleine Jazzstadt und ich weiß es nur vom Hörensagen, so die letzten paar Jahre hatte München so Jazzmäßig jetzt nicht immer den Ruf wie Köln, Berlin, Leipzig, aber keine Ahnung, dadurch, dass diese Bands jetzt irgendwie rausgingen, vorher auch schon Monika Roscher mit einem ganz eigenen Programm und so, merkt man irgendwie, ah, da kommt wieder was und es hat halt oft irgendwas mit Techno zu tun. Und das ist ja auch schön, dass es irgendwie so ein bisschen so eine Identifikation gibt, ah, München, da gab es irgendeine Welle, da kamen ein paar gute Bands raus und das war irgendwie auch so unser Jahrgang an der Hochschule. Ist auch dann so ein bisschen der Sound einer Stadt, ja? Genau, und es hat hier halt irgendwie funktioniert, in Berlin. Wir kennen auch Komfortrauschen zum Beispiel aus Berlin, sind super Leute, super Freunde, aber Studnitzki, genau, Sebastian Studnitzki. Aber es gibt eben dann doch nicht so viele, wie man denken möchte, so aus Berlin, kenne ich jetzt auch nicht mehr, die das so machen. Genau, das ist eine Besonderheit und wie du auch sagst, also die Hoffnung ist wirklich, dass die Clubs dann wieder brummen und dass man das alles wieder machen kann und noch viel mehr. Also ich sehe euch ja wirklich da international, ja? Und das ist eben der Wunsch von uns allen, ja? Und was ich eben vorhin auch meinte, dieses Interessante ist eben auch, dass auf der Bühne was passiert, dass man euch dabei zusehen kann, wie die Musik entsteht und natürlich sich auch wundern kann über die ganz besonderen Instrumente und Spielsachen, die ihr habt. Also speziell auch du, mein Lieber, Leo, du hast ja vorhin bei dem letzten Stück von Maxi namens Two Volum, ja, man hat dann gesehen, hier, da gibt es ein selbst angefertigtes Instrument mit Bestandteilen aus dem Klempner Bedarf, würde ich sagen. Wer hat das gebaut? Ernst Techl, der Bassbauer, genau, super. Hat sich mal auf ein neues Gebiet begeben und dann noch dazu die Badelatschen und plötzlich bist du eben auch Perkussionist, was du ja als Pianist eben auch bist, ja, sozusagen. Du bist ja auch ein Rhythmusinstrument und die Links-Rechts-Souveränität kommt natürlich hier auch unheimlich gut an. Stresst dich das zu irgendeinem Moment, dass du diese Dinge, diese Dinge spielen musst? Ja, es ist halt, wenn wir zu einem Auftritt fahren, wenn wir denn mal zu einem fahren, was jetzt leider sehr selten geworden ist, aber hoffentlich wieder mehr wird, ist es natürlich ganz schwierig, dass man halt wirklich sich konzentriert und wirklich alles mitnimmt, weil das Equipment ist jetzt schon riesig geworden. Also heute zum Beispiel habe ich auch noch mal fahren müssen zum Proberaum, weil man dieses Turbo, obwohl es groß ist, aber wir haben es irgendwie übersehen und zwar im Eckstand und dann bin ich noch mal schnell gefahren. Du hast es übersehen. Das ist halt so bei Handwerkern, ja. Ja, ja, klar. Da muss man noch mal los. Genau, zum Spielen jetzt an sich, ja, das ist immer natürlich wieder mal was Neues und teilweise ist es auch sehr koordinatorisch herausfordernd, dass man das irgendwie lernt, aber der Maxi schreibt dann immer schon irgendwie machbare Sachen, die man aber erst mal denkt, wie soll denn das gehen? Und dann bricht man es halt irgendwie runter. Ich habe es mir dann noch mal selber aufgeschrieben und dann kann man halt wirklich abklappern, quasi wirklich Hand für Hand, was jetzt wann wie kommt. Ja, und das ist halt trotzdem sehr anstrengend, weil es geht sehr in die Arme. Deswegen bin ich immer froh, dass es nur ein Stück ist mit diesem Instrument. Ihr habt jetzt auch für das letzte Stück, das ihr spielt, ja auch noch mal ein interessantes Instrument, was ihr euch ausgedacht habt, was es vorher so nicht gab und ich glaube, das musst du auch wieder spielen, Leo, stimmt's? Ja. Ich bin immer derjenige, der das spielen muss, weil ich meistens Händefrei habe. Klar, der Sebi hat die Funktion, dass er den Rhythmus durchgibt, du halt die tiefen Töne, außer bei dem einen Stück war er eben das Becken und die Kaubel gespielt hat. Aber insofern sind eigentlich die beiden Aufgaben schon relativ verteilt und an mir liegt es halt dann... Ja, ich spiele ja auch quasi, ich spiele auf dem Reifen, ja, und er spielt auf einer Speiche. Auf einer Speiche, genau. Aber die Farben muss dann oftmals auch ich halt ein bisschen reinbringen. Ja, und das ist es eben. Es ist eine Speiche und es ist ein Reifen und es gibt eine Geschichte dazu und ich glaube, wir enthüllen sie einfach, ja. Und die kommt eigentlich von dir, diese Geschichte, denn du hast mal was gesehen auf YouTube, was dich da inspiriert hat. Bitte, was war das? Eine Hommage an den sehr jungen Frank Zapper, der, ich weiß nicht genau wann, aber als er kurz über... Anfang 60er Jahre. Genau, Anfang 60, da war er 20, 22 oder so und war in einer Talkshow und hat vor einem Publikum einfach auf zwei Fahrrädern improvisiert. Die haben ihn offensichtlich alle ausgelacht, aber er hat eben auf der anderen Seite zehn Minuten, dann später noch mit Big Band, vor einem Millionenpublikum halt auf Fahrrädern improvisiert und so irgendwie neue Musik dahin gebracht, wo es wenig andere Leute geschafft haben, quasi nämlich in irgendwie die große Aufmerksamkeit. und das fand ich, diese Coolness zu haben, das einfach so durchzuziehen und das zu machen, fand ich sehr beeindruckend und da ich natürlich immer auch auf der Suche nach Sounds bin, war das mit dem Fahrrad und vor allem der Speiche, also er streicht auch in dem Video an der Speiche und es klingt so ekelhaft, wenn man Halt drauf tut, klingt es total cool und dann so ist das Stück entstanden. Genau, ja und das ist euer letztes Stück für heute hier in der Audio-Video-Session im Studio 2 im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München, wo wir uns quasi jetzt die wogende, tanzende Masse vorstellen, die wir uns alle wieder wünschen und sicherlich auch wieder bekommen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber ich glaube, diese Musik, die ihr etabliert, die ist einfach in euch und bei euch und das habe ich vergessen zu erwähnen, ihr seid so entspannt dabei, dass man auch dir, Leo, gar nicht anmerkt, was das Tubulum dir abverlangt. Okay, also jetzt für euch und für uns alle und für Sie noch viel Vergnügen mit LBT und Ihrem letzten Stück, das natürlich Zapper heißt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.